Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Sicherer Kontaktdatenaustausch mit Smart-RNS Vielleicht habt ihr schon mal von einem ähnlichen Vortrag gelesen oder schon mal die Videos geschaut Ich hatte den schon mal auf dem Linux-Tagen, also auf dem Chemnitzer Linux-Tagen gehalten und auch mal auf dem Easter-Hack Jetzt gibt es neue Folien, neues Glück sozusagen Ich habe es noch ein bisschen überarbeitet, habe auch noch mal eine geänderte Live-Demo im Webbrowser und wie immer habe ich mich nicht vorbereitet und so ist es halt, wenn man sich nicht vorbereitet, kann es halt mal passieren man hat ein wichtiges Event, was man organisiert Es wird jetzt relativ dringend, es wird ziemlich knapp von der Zeit her Dann muss man doch schnell jemanden anrufen, eine E-Mail schicken und gleich geht der Vortrag los, man muss noch kurz telefonieren weil dann mit der Technik was nicht stimmt Denjenigen, den man anrufen will, wählt man die Nummer hat es ja noch in der Kontaktliste vom Smartphone und was passiert, eine Mailbox geht ran oder der Teilnehmer, diese Nummer ist nicht vergeben oder irgend so ein anderer blöder Spruch kommt und dann ärgert man sich und sagt Eigentlich wäre es doch schön, wenn es so ein Domain-Name-Service wie es eben bei Webseiten gibt Man trägt eine URL ein und im Hintergrund passiert das alles mit der IP-Adresse Einfach auch für das Telefon gäbe Man tut einfach von jemandem eine Art Domain aufrufen und die Telefonnummer, das passiert alles im Hintergrund Da habe ich mir Gedanken dazu gemacht weil es gab immer schon Ansätze vorher sowas zu machen dass man wirklich nur den Namen oder als so eine öffentliche ID von jemandem wissen muss und kann dann tatsächlich denjenigen anrufen Und es hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt wegen Datenschutz Es war neugnis so richtig, Datensicherheit implementiert Es gab auch Probleme mit Kompatibilität So, und da habe ich mir überlegt Das müsste smart sein wie ein Smartphone Also vieles automatisch funktionieren So habe ich mir überlegt Ich nenne das Smart oder Smartphone-Resource-Name-System Und da werde ich mal über Folgendes jetzt sprechen welche Gedanken ich mir gemacht habe Nur Handynummern austauschen da ist vielleicht ein bisschen wenig Man müsste schon mehr Service implementieren Da werde ich erstmal über die Ziele reden von meinem Konzept Dann wie ich das umsetze Also was die Hintergrundgedanken sind Sprich Wartbarkeit, Automatisierung, Anpassbarkeit Dann mal so ein Beispiel Wie man Kontaktdaten weitergibt Dann zeige ich am Ende noch die Live-Demo Und hoffe, dass es funktioniert Also das ist im Webbrowser alles Ein paar Links gibt es auch noch So, also mein Gedanke war Wir haben ja relativ viele Kontaktdaten Also wir haben eine Handynummer, Festnetznummer, E-Mail-Adresse Vielleicht sogar mehrere davon Die Postanschrift haben wir auch PayPal Oder es gibt ja auch dieses Visitenkarten-Format Das elektronische Ja und das Ganze müsste man mal irgendwie zusammenpacken In einen Topf Und dann müsste man irgendwo hinschreiben Wo der Topf steht Und dieser Topf hat dann halt einen Namen Oder eine Adresse Und wenn man da was ändert drin Dann braucht man das niemandem mitteilen Sondern derjenige kennt ja die Adresse Oder diese Identität Und hat dann automatisch Zugriff auf die neuen Daten So, dann habe ich mir überlegt Welche Anforderungen müsste denn so ein System erfüllen Damit man das auch halbwegs sinnvoll einsetzen kann Denn ich habe immer gemerkt Es gibt so ein paar ähnliche Systeme Zum Kontaktdaten weitergeben Nur leider gibt es da immer wieder Schwierigkeiten Also das fehlt immer gerade das Feature, was man braucht Oder es ist umständlich Also man verwendet es am Ende nicht Wenn ich die Kontaktdaten dann manuell mit irgendwas Irgendwie jemanden schicken muss Im Chat oder irgend sowas Dann vergisst man das dann auch wieder freizugeben Und dann wäre halt eine Automatisierung nicht schlecht Also ich wechsle die SIM-Karte oder sowas Und der andere merkt das gar nicht Der ruft dann automatisch die neue Nummer an Also der merkt es nicht in dem Sinne Es steht zwar die neue Nummer da Aber der wird nicht mit irgendwelchen sinnlosen Meldungen belästigt Ja, die Konsistenz ist wichtig Dass ich nicht dann sage Der eine hat vielleicht den einen Dienst Der andere das andere Und der eine ist bei jetzt in der Kontaktliste Und dann funktioniert das am Ende trotzdem nicht Wenn man es irgendwo vergisst Das sollte halt möglichst korrekt sein Also keine Abtippfehler passieren Deshalb auch die Automatisierung Wo ich nichts abtippen muss Kann auch nichts passieren Datensparsamkeit Das sollte eben jeder nur Zugriff auf das haben Was dann auch was angeht Man sollte das einfach verwalten können Es sollte eine Nutzung ohne Account möglich sein Denn gerade es geht ja um Datenschutz Um Datensicherheit bei sowas Und es nervt halt Wenn man sich bei jedem Dienst registrieren muss Und wenn jemand nur mal gucken will Also nur mal bei jemandem Die Adresse abrufen möchte Oder die Telefonnummer abrufen möchte Und der muss erst Nutzername, Passwort, E-Mail-Adresse Sonst was eintragen Um dann irgendwas zu bestätigen Das nützt keiner Also das nützt mir dann auch nichts Wenn ich in so einem System Meine Kontaktdaten eintrage Weil dann sagt jeder Ach, kannst du mir nicht noch mal Per SMS schicken Ich habe keine Lust mich da anzumelden Wichtig ist mir auch Die vollständige Hoheit über die Kontaktdaten Also nicht nur Dass ich das jetzt bei irgendeinem Dienst eintrage Der nächste Woche nicht mehr funktioniert Sondern ich möchte vielleicht die Software Auf meinem eigenen Server hosten Das sollte halt Open Source sein Damit ich überhaupt weiß Was da drin ist Damit ich das später vielleicht auch anpassen kann Oder anpassen lassen kann Je nachdem wo ich das einsetze Ob ich jetzt ein Experte bin In der Softwareentwicklung oder nicht Es sollte eine Form von offenen Standard geben Sodass auch andere da Module schreiben können Es sollte halt dezentral sein Also wie ich schon sagte Mit Self-Hosting Dass man eben die Plattform aufsetzen kann Dass jemand anderes auch so eine Plattform hat Und dass die dann trotzdem interagieren miteinander Dass keine Insellösungen werden Es sollte eine hohe Verfügbarkeit vorhanden sein Das Ganze sollte zuverlässig funktionieren Das sollte flexibel anpassbar sein Also wenn irgendetwas Neues kommt Ein neues E-Mail-Programm Oder ein neuer Kommunikationsdienst Sollte natürlich auch die Adresse eingetragen werden können Es sollte erweitert werden können Um bestimmte weitere Komponenten Oder auch um Dienste an sich Es sollte die Privatsphäre garantieren Also mit einer echten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Das heißt Heute haben wir oft das Problem Dass wir nur eine normale Transportverschlüsselung haben Das heißt, ich trage irgendwo was ein Vielleicht bei Facebook Oder an anderen sozialen Netzwerken Dann wird das verschlüsselt zum Server gesendet Der Serverentschlüssel Das trägt das in der Datenbank ein Ist schön, um was zu suchen Oder um das auszuwerten Aber am Ende kann es trotzdem mal passieren Dass ein Mitarbeiter oder was Den ganzen Datensatz irgendwo hinverkauft Und das soll ja technisch ausgeschlossen werden Deshalb müsste das erst so verschlüsselt werden Dass der Server keinen Schlüssel hat Zum draufzugreifen Eine zusätzliche Transportverschlüsselung Ist noch wünschenswert Um eine Anonymität Hinsichtlich Zugriff zu erreichen Denn wenn ich immer wieder Die gleichen verschlüsselten Datensätze abrufe Soll das trotzdem so aussehen Als wäre das etwas Unterschiedliches Denn da kann man auch keine Statistiken mehr führen Als ein Betreiber des Netzwerks So, da habe ich mir erst mal eine Recherche gemacht Was gibt es denn eigentlich alles Was sind denn die Mitbewerber Da ist noch zu nennen Telnik Das ist ein relativ alter Kontaktdatenanbieter Da gibt es diese Punktel-Domains Die machen neben einfach Den normalen Domain-Name-Service Und tragen da Telefonnummern und Ähnliches ein Das kostet 15 Euro im Jahr Das ist so eine Domain Es gibt Apps dazu Womit man draufzugreifen kann Aber das ist irgendwie alles nicht Open Source Und auch die Weitergabe der Kontaktdaten Ist ein bisschen umständlich Vor allem die verschlüsselte Weitergabe Also man kann drin suchen Aber wenn ich jemandem was schicke Dann muss ich die Kontaktdaten Wirklich dem Verschlüssel zuschicken Ich kann nicht sagen Ja, hast du irgendwie einen Zugriffstoken Oder ich schalte dich frei Dann habe ich myIDkeeper gefunden Die haben das mit Verschlüsselung nicht so Also da steht auch eine Warnung drin Wenn man es im offenen WLAN benutzt Das mal quasi selber dran schuld Wenn da jemand drauf zugreifen kann InnoContext Hatte ich noch auf Linux-Tagen gesehen Das war aber nur so eine Kurze, besondere Lernleistung im Gymnasium Also was Einfaches Um das direkt von Telefon zu Telefon weiterzugeben Da ist nichts mit Hosting im Hintergrund groß Dann habe ich noch Cobook-Adrest Das sind alles ähnliche Systeme Auch da ist es von der Datensicherheit Und Offenheit nicht so weit her Und als ich mir überlegt habe Man müsste das modular aufbauen In irgendeiner Form Habe ich mir so ein Schichtenmodell ausgedacht Ganz unten haben wir die einfachste Form der Datenbank Das ist der Server Die sollte möglichst eine eindeutige Anfrage entgegennehmen Und sollte dann die entsprechende Antwort zurückliefern Nichts mit Suchen oder mit irgendwelchen weiteren Features Weil das ist ja erstmal die Grundlage Um was zu speichern Adresse Inhalt Und wenn ich dann irgendwas erweitern will Mit Suchfunktionen Dann ist das ein extra Modul Was da angebaut wird an das System So ein Server ist nicht immer 100% sicher Insbesondere wenn der Weil ja Administratoren, Mitarbeiter ähnlichen Zugriff haben Also muss es komplett verschlüsselt sein Es muss verschlüsselt abgelegt werden Und zwar müsste quasi die Adresse Oder die ID verschlüsselt sein Aber auch die Antwort, die es zurückliefert, der Inhalt Dann habe ich mir überlegt Eine Schicht oben drüber zu bauen Die macht diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Also wenn jetzt eine Klartextanfrage ist Mit dieser Smart-RNS-Adresse Oder Smart-RNS-ID Dann wird diese mit kryptografischen Verfahren Also da kommt ein Swap dazu Da wird ein Hash durchgeführt Und dieser Hash-Wert Diese wie eine Zufallszahl aussehende Nummer Wird an den Server gesendet Und der kann das nicht zurückrechnen Also der kann dann nicht rausfinden Wie das ursprünglich im Klartext hieß Gleichzeitig wird ein Schlüssel generiert Aus dieser Klartextanfrage Der zum Entschlüsseln der Server-Inhalte dient Das heißt also Man braucht eigentlich nur eine Klartext-Adresse Und bekommt dann auch die Klartext-Inhalte zurückgeliefert Der Server sieht aber nur so eine Art verschlüsselte Anfrage Und sendet auch nur eine verschlüsselte Antwort Wo er nichts darüber weiß, was da drin steht Die muss natürlich entsprechend vorher verschlüsselt eingetragen sein Also beim Eintragen würde das rückwärts laufen Wäre einfach hier der Datenstrom umgekehrt an der Seite So dann gehen wir wieder eine Abstraktionsebene höher Denn so eine Key-Value-Datenbank könnte zum Beispiel Einschränkungen haben Das heißt also, die Anfrage hat eine definierte Länge, definiertes Format Die Antwort hat eine definierte Größe Und um das anzupassen zu einer dynamischen Sache Dass ich eben beliebige Anfragen in beliebigen Format haben kann Dass ich unterschiedliche Länge für die Antworten haben kann Also einmal Kontaktdaten, vielleicht sogar Bilder Profilbild, ähnliches Mache ich noch eine Formatabstraktion dazwischen Und die eigentliche Anwendung oben Macht dann Ups, jetzt habe ich das weitergeschalten Macht dann die eigentliche Darstellung Beziehungsweise die Interaktion mit weiteren Komponenten Wie ein Smartphone Die zeigt die Kontakte an Man kann es anklicken Man kann das auch als Passwortverwaltung verwenden Da gibt es also dann viele Anwendungsmöglichkeiten Die ich oben drauf aufflanschen kann Macht auch die Verwaltung Und viele sagen, das ist ja vielleicht sowas wie Facebook Aber das wäre dann auch als soziales Netzwerk verwendbar Mit echter Verschlüsselung Mit echter Dezentralität So Dann muss man sich natürlich noch überlegen Ja, wie trägt man denn sowas ein Oder wie kodiert man sowas Wir sind jetzt auf der Ebene Wo wir die Wir sind jetzt nicht mehr hier unten Auf der Stelle Sondern schon bei der Formatabstraktion Also was wird hier oben übertragen An der Stelle Und da braucht man einmal eine Konfiguration Das sind einfach Inhalte Die sagen, ja wie sind denn eigentlich meine Daten kodiert Das ist auch wieder sinnvoll für diese Anpassbarkeit Denn ich kann ja dann immer neue Kryptoverfahren Passwortverfahren Weitere Einstellungen hinzufügen Und wenn jetzt neu gesagt wird Das ist auch ein Kryptoverfahren gebrochen Kann ich dort eine Einstellung ändern Und das neue Verfahren einfach verwenden Also da muss man nichts am Standard selbst anpassen Und die Daten dann Das sind auch entsprechend hierarchisch kodiert Also es gibt dann Das Ganze ist eine Chasen-Struktur So eine entsprechende Datenstruktur Die Daten können zum Beispiel eine Rufnummer Eine E-Mail-Adresse Vielleicht sogar eine IP-Adresse Eine Webseite Ähnliches sein Und die sind dann wieder unterteilt Eine Rufnummer Ist ja eine Vorwahl Eine Hauptrufnummer Einen ähnlichen geteilt Dann, ob sie dienstlich verwendbar ist Ob der Kontakt Gerade verfügbar ist Das ist ja auch noch was Was beim normalen Telefon nicht geht Dieses Ich bin online Ich bin offline Bin gerade in der Konferenz Oder ähnliches Das wäre halt da Auch einbaubar Und auch aufgrund Dieser hierarchischen Datenstruktur Kann ich dann einfach sagen Ich definiere jetzt was Neues Was in einer Neuen Version der Software verfügbar ist Zum Beispiel Der Standort Und die alte Version Von der Software sagt dann einfach Das kann ich nicht auswählen Das zeige ich einfach nicht mit an Das ist halt auch schön So eine Abwärtskompatibilität So und Wie sieht denn das eigentlich aus Wenn man gerne sowas hätte Ähnlich wie eine Ordnerstruktur Dann könnte man das ja so ähnlich aufbauen Wie es jetzt schon bei Domainnamen ist Also wir haben einen Hauptdomainnamen In dem sich tatsächlich eine Webseite Beziehungsweise eine AP verbirgt Als nächsten Unterpunkt kann ich zum Beispiel sagen Firma oder Muster Also erst mal meinen Hauptnamen Quasi mein Top Level Aber hier habe ich schon so ein Add-Zeichen Das heißt Was hier links steht Ist schon entsprechend verschlüsselt Also das ist schon mit diesem Hash-Wert Umgewandelt Das hier geht noch unverschlüsselt Übers Netz Denn irgendwo muss man ja Diesen dezentralen Server finden Man muss ja diesen Web-Server ansprechen können Der Teil ist dann schon gehasht Und dann wird erst diese Abfrage ausgeführt Zum Beispiel Firma an der Stelle Wenn ich jetzt vertrieb.firma.srns und so weiter eingebe Und an dieser Stelle stehen dann schon Daten drin Zum Beispiel Ob der Unterpunkt besonders verschlüsselt ist Sind irgendwelche Fragen Also wenn Fragen sind Dann auch einfach zwischendrin Fragen Ist schon in Ordnung so Der Unterpunkt könnte Es könnte zum Beispiel auch hier drin stehen Dass diese Unterpunkte vorhanden sind Oder Dass die Unterpunkte noch mit einer zusätzlichen Sicherheit versehen sind Sowas mit dieser zusätzlichen Sicherheit Das sehen wir nämlich hier beim letzten Punkt Denn sowas kann ich ja einfach erraten Also kann ich ja ein bisschen probieren Wetterbuchattacke Und dann sehe ich irgendwann die Daten Und wenn ich da jetzt einfach ein Passwort Noch anfügen will Dann hänge ich das einfach vor dem Namen ran Das System merkt gar nicht, dass das ein Passwort ist Oder ein Name Beziehungsweise eine Adresse Sondern das ist halt alles gleich Das ist halt einfach eine Anfrage Und so ein Passwort kann man sehr schlecht erraten Das wird dann eh umgewandelt in einen Hashwert Und jetzt wäre es aber interessant Die auch noch entsprechend verwalten zu können Die Passwörter So, jetzt haben wir hier mal die Idee Wie man das Passwort verwalten kann Der Produzent Das ist derjenige, der jetzt die Kontaktdaten einträgt Also der hat jetzt zum Beispiel eine neue SIM-Karte ins Handy eingelegt Und die entsprechende App sagt Dann möchten Sie die neue SIM-Karte eintragen Und sagt ja Dann wird eine Verschlüsselung gestartet Es wird einfach ein zufälliges Passwort generiert Das wird von ran gehangen An den eigentlichen Eintrag An den man sich ausdenkt Und wird entsprechend in der eigenen Datenbank Auf dem eigenen Server Beziehungsweise wo man es halt hostet Gespeichert Der Sicherheitstoken an sich Also dieses Passwort hier vorne Muss natürlich weitergegeben werden An denjenigen Denen man vertraut Der also die Kontaktdaten abrufen Darf am Ende Es wird zudem weitergegeben Muss natürlich sicher weitergegeben werden Und derjenige drückt einfach Alice at SRNS und so weiter Und merkt vielleicht noch nicht mal diesen Passwortabruf Beziehungsweise es wird halt im Hintergrund gesagt Dass jetzt dieses Gesichert abgerufen wird über dieses Passwort Falls das falsch ist Also falls jemand sagt Ja, dem vertraue ich nicht mehr Ich habe jetzt eine neue Handynummer Dem gebe ich es nicht weiter Der hat halt dann was Altes drinstehen Und es kommt eine Fehlermeldung Das würde dann so aussehen Hier wird eben was Neues eingetragen An der Stelle Es gibt diesen neuen Token davor Der Sicherheitstoken wird nicht übermittelt Bob drückt drauf Es kommt halt eine Fehlermeldung Dieser Eintrag ist nicht verfügbar Oder es wird eben einfach der alte Eintrag Angezeigt weiterhin Sodass er nicht unbedingt einen Verdacht schöpft So Jetzt könnte man natürlich überlegen Ja, den Token muss man ja irgendwie weitergeben Da gibt es schon relativ einfache Verschlüsselungsverfahren Es gibt ja Public-Private-Key-Methoden Da muss nur der öffentliche Schlüssel öffentlich zur Verfügung gestellt werden Und derjenige, der den Token weitergibt Verschlüsselt das einfach mit dem öffentlichen Schlüssel Da könnte man zum Beispiel so was machen Der Bob gibt in seinen Datenbestand Einfach den öffentlichen Schlüssel mit an Und derjenige, der die Kontaktdaten Beziehungsweise den Token zusenden möchte Muss davon gar nichts merken Das macht dann die App automatisch Also die tut den Schlüssel abrufen Und tut dem das zu so einer Art Posteingang Entsprechend zustellen Mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt So könnte das aussehen Der Produzent verschlüsselt Sendet das an die Inbox Und dann kommt ein weiterer Punkt Man könnte das jetzt drin liegen lassen Und immer wieder mit dem privaten Schlüssel entschlüsseln Aber dann müsste man den Schlüssel dauerhaft halt speichern Der könnte verloren gehen nach außen Hätte einen anderen Zugriff drauf Und man müsste die auf mehreren Geräten verwalten Den privaten Schlüssel dazu Deshalb könnte man ja auch einfach den öffentlichen Den privaten Schlüssel, dieses Paar Dynamisch generieren Den öffentlichen Schlüssel veröffentlichen Wenn dieser Token übertragen wurde Wird er entschlüsselt auf dem Endgerät des Nutzers Und bei sich selbst dann entsprechend in der Datenbank sicher hinterlegt Dann kann dieser private Schlüssel und auch der öffentliche Schlüssel gelöscht werden Und er kann ja neu generiert werden Das ist dann also unabhängig vom Gerät Am Ende Zum Abruf des Schlüssels wird natürlich entsprechend mit dem Master-Token Das Ganze gehandhabt Also derjenige, der auf seine Kontaktliste Also nicht auf die anderen Kontaktdaten anderer zugreift Sondern derjenige, der die Kontaktliste mit Smart-RNS-Adressen anderer Nutzer verwaltet Hat dann so ein Master-Token Wo mit der sich einloggt Und hat dort alle seine eigenen privaten Daten drinstehen Wo er Zugriff hat Oder wo eben auch die Passwörter, also diese Tokens drinstehen So Jetzt können wir mal noch eine kleine Live-Demo Zeigen Ich klicke mal drauf Und hoffe, dass es geht Und es hat sich im Hintergrund geöffnet Nein, es kommt sogar in den Vordergrund Jetzt sieht man, dass kein WLAN verbunden ist Und ich hoffe, dass es noch da Okay, hier ist es Nochmal neu laden Das WLAN verbindet sich noch Ah, jetzt ist es da Jetzt vom Kontrast Also das ist dann folgendermaßen aufgebaut Das ist jetzt schon so eine App In JavaScript geschrieben einfach Das heißt also, man ruft einfach die Webseite auf Beziehungsweise man sieht einfach diesen Link, den wir hier hatten Der ist nämlich folgendermaßen aufgebaut Wir haben ja einfach die normale URL, HTML-Seite mit JavaScript eingebunden Das Besondere ist, bei anderen Webseiten Dynamischen Webseiten Hätte man hier so ein Fragezeichen stehen Und irgendwas danach ist gleich Dann wird zum Server eine Anfrage übertragen Und er antwortet mit was Wir wollen aber diese Klartext Adresse gar nicht zum Server übertragen Weil das soll ja der Betreiber gar nicht sehen Das soll dann nur als Hash-Wert übertragen werden Deshalb wird es im JavaScript entsprechend gehasht Und es wird im Hintergrund was anderes Ja, ich habe jetzt draufgeklickt versehentlich So, und dann sieht es ungefähr so aus Hier steht zwar Klartext drin Das wird aber im Hintergrund entsprechend gehasht übertragen Und da kommen schon als Antwort E-Mail, Telefonnummer und so weiter zurück Da kann man auch draufklicken Und da wird halt auch gefragt, ob man jetzt Skype starten will Oder die E-Mail-Adresse geht halt auch der Webbrowser auf Entsprechend, äh, der E-Mail-Client So Dann kann man auch mal schauen Hier steht noch No-Update dahinter Also wenn jemand das nicht ändern soll Das habe ich jetzt relativ einfach erst mal aufgebaut Später kommen da sowieso noch Login-Möglichkeiten Also diese, zum Beispiel so eine Client-Zertifikate-Authentication Dass man nicht von fremden Leuten was verändern kann Sondern nur jeder seine eigenen Einträge Aber das Formular zum Eintragen ist damit ausgeblendet Mit dem letzten Teil Ich habe auch noch mal ein Beispiel Wo es nicht ausgeblendet ist Einfach mal Muster.test SRNS.smartrns.net Und da sehen wir auch hier oben, dass es rot ist Also da wurde nichts hinterlegt Dann probieren wir mal aus, ob man da was eintragen kann Jetzt geht es irgendwie wegen der Auflösung Wird hier das Ganze nicht angezeigt Ist gut, dass mal passiert ist hier an der Stelle Was hier nichts kleiner macht Oder größer Sind die Radio-Buttons ausgeblendet an der Stelle Jedenfalls ist es dann so Ich kann dann einfach hier die Daten eintragen In das System Und die werden dann entsprechend hinterlegt Dann wird es hier oben auch grün Und man kann es abrufen Als zusätzliches Feature ist eben Dass man den QR-Code eben abscannen kann Und da hat man dieses Mit der Raute hier drin Diese spezielle URL Also wer möchte, kann das auch einfach mal Auf dem Smartphone ausprobieren Indem man mit so einem QR-Code-Reader Das gleich von hier vorne abliest Ja, die Vortragsfolien gibt es dann auch noch Im Netz Die werden dann später auch noch Mit zu diesem Smart-RNS quasi hinzugefügt Dann stehen auch die Adresse dort dynamisch drin Das ist ja das Schöne Man kann einmal einen Link weitergeben Und dann steht da immer das Aktuellste drin Also quasi die aktuellste Wissenkarte Vielleicht kommt später auch noch Profilbild Oder ähnliches Je nach Interesse, was umgesetzt wird So, hat bisher ja jemand noch Fragen? Sieht schon fast aus, als wird abgebaut Hier hinten gerade Tja Jetzt wird gleich ein Okay, ich wiederhole es Okay Die Frage war Warum sollte man Kontakt dann Verschlüsselt weitergeben Weitergeben ist ja irgendwo klar Damit man kontaktiert werden kann Aber verschlüsselt eben daher Weil es sensible Sachen gibt Also gerade bei Telefonnummern Ist es halt ärgerlich Wenn dann plötzlich sehr viele SMS kommen Oder Anrufe Genau Genau Dienste oder Netzwerke, die man benutzt Die gehören ja quasi auch zu deiner Identität Dein Professional-Körner Dein Dritter-Körner Das sollte lieber irgendwie alles da reingehen Und dass man quasi wie eine Wie es so eine virtuelle Sindhabe Wie es ja schon gibt Ja In allen eingetragten Diensten hat Und dann lieber noch irgendwie Das Im Kursenpaket zu machen Also ich glaube, bei der Adresse Oder sowas interessiert Wenn man auf dem Rechner Wesentlich mehr Informationen findet Ja Die Sache Also die Frage war Die Adresse interessiert ja nicht Wenn man sieht was Wenn man auf dem Rechner ja noch mehr findet Das ist so ein Ding Also es hat ja niemand Zugriff auf den Rechner Aber Kontaktdaten können halt Unterschiedliche Sachen sein Es ist ja nicht nur Telefonnummern E-Mail-Adresse Das könnte ja auch Bankdaten sein Oder man kann auch selber Passwörter Dahinterlegen bei dem System Und das soll halt einfach eine gewisse Grundsicherheit bieten Wenn man jetzt E-Mail hat zum Beispiel Und das wird vollgebombt mit Hunderttausenden Mails Dass man das verhindern kann Oder Es gibt auch dieses Zum Beispiel solche Infofax-Abfragen Womit Leute absichtlich gemobbt werden Auf dem ihre Nummer einfach einen Fax bestellt Und dann wird das ständig versucht zu übertragen Beziehungsweise irgendwelche anderen Störenden anrufen Da möchte man halt am besten Das nur den Leuten weitergeben Die es wirklich brauchen Und nicht jemanden anders Dann habe ich mir noch eine andere Anwendung ausgedacht Und zwar bei Support-Nummern Könnte man auch einfacher mal Eine interne Nummer oder was Weitergeben Vielleicht eine Handynummer Direkt von jemandem Die sich vielleicht einmal im Monat ändert Und wenn der jeweilige Mitarbeiter Den Vertrag beendet Beziehungsweise wenn der Service-Vertrag Beendet wird durch den Kunden Der ist nicht mehr bezahlt Dann bekommt der einfach nicht mehr Die neue Telefonnummer zugesandt In dem System Von dem Service-Mitarbeiter Und kann den dann auch nicht mehr erreichen Das wäre auch noch ein Anwendungsfall Für sowas Aber ansonsten Öffentliche Kontaktdaten Die kann man selbstverständlich auch Unverschlüsselt ablegen Es geht halt nur um diese Nicht-Öffentlichen Also um diese private Nummer Oder was man halt nur unter Freunden weitergibt Wenn man jetzt nur zwei Handys hat Das sogenannte Dienst-Handy Oder öffentliche Und das andere ist das private Um diesen privaten Teil geht es halt Ich habe das pakai Lake Итак Wenn ich��고 Die miniature ist Gonna personnen Also ein Hal guste Und ich habe keine Ich habe eine